Ich begrüße Sie zum Alpha Forum, verehrte Zuschauer. Gäbe es einen Nobelpreis für Politikberatung, unser heutiger Gast hätte ihn sicherlich. Herzlich willkommen, Volkswirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn. Guten Tag. Zur Politikberatung später mehr, aber auch ohne Nobelpreis sind Sie ja in den vergangenen 32 Jahren Ihrer Karriere Deutschlands wohl bekanntester Ökonom geworden. Zunächst mal, wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das fühlt sich überhaupt nicht an. Da hat man subjektiv keine Empfindung dafür. Außer wenn man irgendwo in die Gaststätte geht und Leute drehen sich um, dann merkt man, aha, da ist irgendwas und das ist eher unangenehm. Kein bisschen eitel? Ja, natürlich, jeder ist ein bisschen eitel, aber das ist jetzt nicht meine Zielsetzung, sondern wenn da eine Eitelkeit ist, dann würde ich gern mit meinen Thesen und Erkenntnissen auch Erfolg haben in der öffentlichen Debatte. Na ja, wie Sie das geschafft haben, dazu auch später mehr. Den Nobelpreis oder lieber Ihre Ruhe? Was wäre Ihnen in Zukunft lieber, wenn Sie wählen müssten? Ja, und sicherlich den Nobelpreis, aber das ist ja illusorisch, das ist sehr schwierig. Also ich frage nicht grundlos, denn heute zur Aufzeichnung dieser Sendung, Ende Februar 2016, stehen Sie ja vor dem Ruhestand. Erlebt haben wir Sie als Volkswirtschaftsprofessor, erfolgreichen Chef des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, wenn ich so sagen darf, auch Populärökonom oder ein Ökonom, der die Wirtschaftswissenschaften populär gemacht hat und natürlich auch Medienstar. So kennt man Hans-Werner Sinn, gesetzt mit Philosophenbart. Deshalb gleich die Frage aller Fragen, wann ist der Bart ab, Herr Professor? Der wird nicht so schnell abrasiert. Es sei denn, ich wollte nur wirklich inkognito durch die Lande laufen, dann würde ich ihn mir abrasieren. Das ist ein Statement und eine Aussage. Wir wollen mal sehen, wie es in den nächsten Jahren stattfindet. Sie haben in einem Interview, habe ich gelesen, schon gesagt, naja, möglicherweise rasieren Sie ihn sich mal ab, wenn Sie in den Ruhestand gehen. Also das ist damit ad acta gelegt. Ihr Markenzeichen, Ihr Erkennungszeichen bleibt dran. Ja, sicher. Das war eine witzige Stellungnahme. Nun war gefühlt der Bart ja schon immer da. Da gibt es jetzt dieses Farbfoto, das ich mal zeigen möchte, und seine Geschichte. Der Beck Verlag hat es mir geschickt. Dort erschien 1992 Ihr einflussreiches Buch Kaltstart und das hier ist das Titelbild. Was und wen sehen wir denn hier? Ja, also wir sehen zwei Autos, einen Mercedes, einen Trabi. Dazwischen läuft ein Starterkabel. Rechts im Trabi ist meine Frau. Ich stehe da. Und hier soll symbolisiert werden, wie schwierig es ist, die exkommunistische Wirtschaft Ostdeutschlands in die Marktwirtschaft zu überführen und sie quasi starten zu lassen, wie so ein Auto, das im Winter gestartet wird. Hatten Sie die Idee zu diesem Titelbild selber? Ja, ja. Die Idee hatten wir. Und das Interessante war, der Winter verstrich, wir hatten das Foto nicht gemacht. Und dann kam schon der Frühling, jedenfalls schien es so. Es wurde warm. Es war März und wir waren ganz enttäuscht, dass wir dieses Foto nicht mehr machen konnten. Es ging also um das Taschenbuch. Das Buch selber war ja schon vorher erschienen. Und dann hat es noch einmal geschneit im März. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und haben also dieses Foto gestellt. Jetzt brauchten wir einen Trabi auf die Schnelle. Besorgen Sie mal einen Trabi. Man sah hin und wieder einen Trabi im Straßenbild. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und dann habe ich rumtelefoniert und dann hat mir einer gesagt, er wüsste einen Autoverleih, wo wir einen Trabi bekommen könnten. Den habe ich dann geliehen. Dann hat der Nachbar dieses Foto gemacht. Das ist gar nicht professionell gemacht, aber schön geworden. Und dann habe ich den Trabi zurückgebracht. Dann habe ich spaßeshalber den Autoverleiher gefragt, was er denn selber bezahlt hat für das Auto. Und er hat mir nicht geantwortet, sondern mit der Gegenfrage geantwortet, ob ich das Auto kaufen wollte. Na ja gut, was kostet es denn? Und ich habe noch vermute? 1000 Mark. Ach, habe ich gesagt. Dann nehme ich es. Dann habe ich es gleich mitgenommen. Und dann haben wir ein Zweitauto in Form dieses kleinen Trabi. Und den haben wir einige Jahre gefahren. Wo ist er heute? Längst verschrottet? Nein, als mein Sohn dann 18 wurde, habe ich ihm den geschenkt. Und was macht er? Er verkauft ihn, um sich dann einen Golf zu kaufen dafür. Da war ich ganz enttäuscht. Ihre Frau ist ja auch zu sehen in dem Trabi. Und sie ist nicht nur Autofahrerin auf diesem Bild, sondern die ist auch Mitautorin gewesen. Und Volkswirtin. Zur Familiensituation. Zwei Volkswirte, ein Ehepaar, nicht nur einen Sohn, sondern drei Kinder großgezogen. Wie muss man sich das vorstellen? John Maynard Keynes schon zum Frühstück? Oder sind Fachthemen bei den Sinns in den eigenen vier Wänden eher tabu? Wir unterhalten uns nicht nur über Fachthemen, sondern das ist die Familie. Aber natürlich, klar, wir interessieren uns beide sehr viel für Wirtschaftspolitik. Haben beide den gleichen Hintergrund, weil wir uns ja auch im Studium der Volkswirtschaftslehre kennengelernt haben. Damals war meine Frau eine von drei Frauen unter 100 Studenten. Und da habe ich mir damals gesagt, die musst du dir nehmen, denn sie hat mir gleich gefallen. Na gut, also jedenfalls haben wir den gleichen Hintergrund und diskutieren sehr viel über volkswirtschaftliche Themen, auch zu Hause. Es gibt ja immer diese Diskussion, die dann so geführt wird, der Mann macht die Karriere und die haben sie unbestreitbar gemacht. Und die Frau bleibt daheim, zieht die Kinder auf. Kann man dieses vergröberte Muster dann hier auch anwenden? Offenbar nicht. Sie war wohl mehr so eine Sparringspartnerin oder hat sie auch ein eigenes Profil entwickeln können? Naja, also wir haben ja, sie hat ja auch mit mir Examen gemacht in Münster. Dann kriegten wir beide zusammen Assistentenstellen in Mannheim und waren dort tätig. Und dann kamen allerdings die Kinder und dann gingen wir nach Kanada und dann war ihre Karriere sozusagen unterbrochen. Und sie hat dann sie aufgewendet für die Kinder. Das würden vielleicht heute moderne Ehepaare nicht mehr so machen. Aber die Belastung schien uns damals auch so groß zu sein, dass wir konkret keine andere Alternative gesehen haben. Denn zwei Leute, die dann so powern und dann noch Kinder, das hätte damals jedenfalls nicht funktioniert. Dennoch ist sie tätig geblieben. Sie hat immer wieder noch unterrichtet. Sie macht jetzt schon viele Semester den Unterricht für die Lehramtskandidaten in Volkswirtschaftslehre an der LMU München. Und hört jetzt quasi auch mit mir zusammen auf. Wissenschaft kann fröhlich sein. Nicht nur Nietzsche wusste das. Auch in Ihrem IFO-Institut, dazu später auch noch mehr, gibt es, höret und staunet, eine Professoren-Band. Wie viel Rock'n'Roller darf in einem ernstzunehmenden deutschen Professor stecken? Ja, also wir haben eine hauseigene Band. Ein Kollege von mir, Meinhard Knoche, spielt dort mit. Ich selber bin leider unmusikalisch, kann da nicht dienen. Aber ich tanze dann gerne mit, wenn die Band spielt. Da haben wir immer viel Spaß. Also ich schlage vor, das nächste Alpha-Forum als Live-Außenübertragung. Denn sowas hat die Welt vielleicht auch noch nicht so häufig gesehen. Ja, eine gute Idee. Ja, Sie sind eingeladen. Wunderbar. Schon ein Ergebnis hier, dieses Gesprächs. Jetzt nochmal zur Materie Ihres Buches Kaltstart, dessen Titelbild wir eben zeigten, 1992. Auch irgendwo, nicht der Beginn, aber sagen wir mal der Startschuss für Ihre populäre, publizistische Tätigkeit. Neben den vielen Fachdingen, die Sie schon in der Fachwelt publiziert hatten. Wichtig zu wissen, ein biografisches Detail. Am 12. bzw. 13. August 1961 waren Sie, Hans-Werner Sinn, leibhaftig in Berlin. Haben als Junge den Mauerbau also live miterlebt. Beim Verwandtenbesuch im Osten gerade noch rübergekommen. Einen Atem der Geschichte, den man spüren kann. Gibt es so etwas? Haben Sie ihn schon mal gespürt? Naja, damals allemal. Ich war 13, es war übrigens der 12. August, nicht wie es offiziell heißt, der 13. Am 12. begann der Mauerbau. Ich habe das genau gesehen. Wir fuhren mit dem Auto durch das Brandenburger Tor. Am Morgen dieses Samstags besuchten eine Tante. Und am Nachmittag, als wir zurück wollten, ging das schon nicht mehr. Es war alles mit Militär zugestellt. Und man begann Stacheldraht auszurollen. Und wir mussten dann über einen anderen Ausgang in den Westen zurück. Und am nächsten Tag, an dem Sonntag, da waren große Demonstrationen. Ich hatte mich dann selbstständig gemacht. Habe der Familie gar nicht gesagt, wo ich dann hinginge. Und bin zum Brandenburger Tor gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und habe also dort die Reden und die Demonstrationen auch miterlebt an dem Tag. Das war hochinteressant. Und die Eltern waren aufgelöst, weil ich verschwunden war nun gerade an diesem hektischen Tag. Und ich kam dann aber am Nachmittag wohlbehalten zu Hause wieder an. Vielleicht, wo wir gerade bei diesem Thema sind, die Deutsche Vereinigung kam ja dann. Sie hatten die Probleme, die Chancen und die Risiken beschrieben in Kaltstadt. Heute, ich sage es nochmal zur Aufzeichnung dieser Sendung, Ende Februar 2016. Wenn man da ein Zwischenfazit ziehen sollte, mit Sachverstand und ohne Schaum vorm Mund, werden wir es zu Lebzeiten, wir beide, noch erleben, dass der Osten über den Berg ist? Naja, über den Berg im Sinne, dass der Lebensstandard so halbwegs dem Westniveau entspricht, sind wir ja. Aber was hapert, ist die Produktivität der Wirtschaft. Das privat erzeugte Bruttoinlandsprodukt je Kopf der Bevölkerung auf dem Gebiet der Ex-DDR ist heute nur 61 Prozent des Westniveaus. Wenn man dann West-Berlin noch dazu rechnet, wird es ein bisschen mehr. Und wenn man dann den Staatssektor noch mit einrechnet, dann wird es auch mehr. Aber eigentlich ist das die harte Zahl. Wir haben seit 20 Jahren keine wirtschaftliche Konvergenz mehr gehabt. Die Konvergenz fand in den ersten fünf Jahren statt und dann stoppte das. Der Osten wuchs nicht mehr schneller als der Westen. Zugleich gab es eine massive Abwanderung von Menschen nach Westdeutschland, sodass dadurch die Pro-Kopf-Bip-Zahlen ein bisschen sich verbessert haben. Aber wie gesagt, wir sind eben bei den 61 Prozent privaten BIP pro Kops des Westniveaus, als Anteil des Westniveaus angekommen. Es hätte wirklich besser laufen können. Da ist vieles falsch gegangen. Was insbesondere falsch lief, war, dass man die Treuhandbetriebe doch großenteils zugemacht hat, statt für sie kompetente Investoren aus aller Welt zu suchen, die im Sinne eines Joint Ventures hätten diese Altbetriebe übernehmen können. Natürlich nicht die alten Fabrikationsanlagen. Die waren marode. Aber ein Betrieb besteht im Wesentlichen aus einer Ansammlung von Menschen, nicht aus Maschinen. Die Maschinen kann man austauschen. Und diese Investoren hätten mit ihrem Know-how, ihrer Marktkenntnis, ihre eigenen Produkte, ihre eigenen Fertigungsanlagen in den Treuhandbetrieben errichten können. Und hätten dann sehr günstig die europäischen Märkte bedienen können. Diese Chance hat man verpasst, weil man eben von der Treuhand die Vorstellung hatte, man muss alles so schnell wie möglich einfach verkaufen. Und da sind westdeutsche Käufer sehr stark privilegiert worden, die häufig nichts anderes vorhatten, als die Ostbetriebe zuzumachen, damit da gar keine Konkurrenz erst entstehen konnte. Und das zweite Thema war, dass die westdeutschen Arbeitgeber und die westdeutschen Gewerkschaften sich auf den Weg machten und im Osten Lohnverhandlungen führten. Lohnverhandlungen zu einer Zeit, wo die Privatisierung überhaupt noch nicht stattgefunden hatte. Die Treuhand war noch Eigentümerin der Betriebe. Und dann hat man stellvertretend für die Ostdeutschen Lohnverhandlungen geführt. Wessis zu Wessis quasi. Also scheinbar waren es ostdeutsche Institutionen, die verhandelt haben. Und in Wahrheit waren es westdeutsche, die verhandelt haben. Und die Devise war, so schnell wie möglich ran an das westdeutsche Lohnniveau, weil wenn die Japaner kommen oder irgendwelche Investoren aus anderen Teilen der Welt, dann müssen sie bitte auch westdeutsche Löhne zahlen. Wir lassen es nicht zu, hier einen Niedriglohnstandort in unserem eigenen Lande zu begründen, wo uns die Konkurrenten, mit denen wir sowieso unsere Probleme haben, dann bedrängen. Also man gab den mehr oder weniger einzigen Wettbewerbsvorteil, den man hart hatte, nämlich niedrigere Lohnkosten, freiwillig mehr oder weniger aus der Hand. Ja, und dann stiegen die Löhne sehr schnell an. Die Folge war, dass die Arbeitsplätze überhaupt nicht wettbewerbsfähig waren, weil auch keine Investoren kamen. Die wurden auf diese Weise abgeschreckt. Und sehr viele Menschen wurden dann in die Arbeitslosigkeit entlassen und vom Sozialstaat anschließend ernährt. Das war die deutsche Vereinigungsstrategie. Das hat zwar zu einer Erhöhung des Lebensstandards geführt. Wir liegen heute, wenn man es real rechnet, so etwa bei 90 Prozent des Westniveaus. Bei den Renten liegen wir sogar über dem Westniveau real gerechnet. Aber es ist keine wirtschaftliche Basis entstanden, die eben diesen Lebensstandard selbst erzeugt hätte. Es gibt immer noch massive Transfers von West nach Ostdeutschland jedes Jahr, ohne die dieser Lebensstandard nicht zu halten wäre. Ich will das Titelbild aus der Autowelt nochmal zeigen. Hier sieht man es, es ist nämlich kein Zufall, dieses Titelbild. Ihr Vater hatte ein Taxiunternehmen. Sie selbst sind als Student Taxi gefahren. Können Sie noch fahren oder lassen Sie sich fahren wegen Bildungsaufstieg zum Professor? Ja, ich werde schon gefahren. Ich habe im IFO-Institut einen Fahrer, weil ich bin sehr viel unterwegs. Und jedes Mal, wenn er kommt, habe ich am Nachbarsitz einen riesigen Aktenstapel, den ich abarbeite. Das Auto ist mein fahrendes Büro. Natürlich fahre ich noch und fahre gerne. Das ist eine ganz andere Frage. Auch da ein Blick in die Zukunft. Das selbstfahrende Auto kommt ja. Das ist nicht nur etwas für Autofreaks, sondern auch ein Symbol für die Digitalisierung unserer Wirtschaft. Für Sie eher Fortschrittssymbol oder digitaler Albtraum? Wie sehen Sie das? Nein, es ist natürlich ein gewaltiger Fortschritt, wenn die Autos dann mal selber fahren, weil das den Menschen ja entlastet. Man kann also seiner Arbeit nachgehen, während man im Auto sitzt. Das Fahren wird auch sicherer. Die Zahl der Unfalltoten wird dramatisch zurückgehen. Es ist ein gewaltiger Sprung. Also vor 100 Jahren haben wir also den Sprung von der Pferdekutsche zum selbstfahrenden Auto gehabt. Also deswegen heißt es ja Auto, selbstfahrend, ohne Pferde. Und jetzt brauchen wir noch nicht mal mehr den Fahrer. Das ist schon ein Gewinn. Natürlich ist das nicht in den nächsten Jahren schon so zu erwarten. Das ist ein gradueller Übergang. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir in ein paar Jahren, in diesem Jahrzehnt hier in Deutschland, mit den Google-Autos rumfahren werden. Da achten wir schon drauf, dass wir auch vernünftige Autos haben. Und die sind vorläufig noch in Deutschland gebaut. Aber allmählich werden die Autos immer intelligenter. Und dann im nächsten Jahrzehnt werden wir wohl dazu kommen, dass auch die deutschen Autos alleine ihren Weg finden. Ich spreche das auch deswegen an, weil dahinter steht ja auch volkswirtschaftlich, nicht nur technologisch, eine ganze Menge an Problemfragen, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel wird Kollege Computer, Stichwort Industrie 4.0 und so weiter, uns demnächst einfach arbeitslos machen. Und was dann? Wie sehen Sie das aus volkswirtschaftlicher Perspektive? Naja, das ist ja schon immer das große Thema mit der Industrialisierung. Die mechanischen Webstühle haben die Weber entbehrlich gemacht. Und man dachte also, dass auf diese Weise Arbeitslosigkeit entsteht. Aber es war genau umgekehrt. Die Weber, beziehungsweise die Kinder der Weber, ergriffen dann andere Berufe. Es gab neue Produkte, der wirtschaftliche Wohlstand entwickelte sich. Und der technische Fortschritt hat eben nicht, wie damals befürchtet wurde, zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt. Die Arbeitslosenquote ist heute nicht größer, als sie vor 100 Jahren war. Da gibt es gar keinen Zeittrend. Und das wird jetzt auch bei der modernen Digitalisierung so sein. Nein, nein, wir werden immer komfortabler leben. Der Lebensstandard wird sich immer weiterentwickeln. Und das Schöne an der Digitalisierung ist, es kommen also wertvolle Produkte zustande, die gar nicht so stofflich sind. Sodass der Ressourcenverbrauch beim wirtschaftlichen Wachstum auch nicht mehr so groß sein wird, wie in der ersten Phase der wirtschaftlichen Entwicklung seit der Industrialisierung. Das ist im Zweifel für die Umwelt dann auch gut. Seit der Deutschen Wiedervereinigung, diesem ökonomischen Großexperiment, ist Hans-Werner Sinn, sind Sie der meist zitierte ökonomische Begleiter aktueller politischer Ereignisse, wird man sagen dürfen. Wenn ich Ihnen jetzt eine Zeitmaschine gebe, wohin würden Sie zurückreisen und Fehler korrigieren, wenn Sie könnten? Ja, also ich würde erst mal zurückreisen in die Deutsche Vereinigung. Das ist das Thema, das wir schon gerade diskutiert haben. Die Vereinigung ist ja außenpolitisch gut gelaufen. Da hat die Regierung damals das Richtige gemacht, das Zeitfenster genutzt für schnelle Vereinbarungen. Denn bedenken Sie schon, 1991 im Sommer war ja der Putsch in Russland, der hätte ja auch schief gehen oder erfolgreich sein können, sodass diese Reformbewegung dann zu Ende gewesen wäre. Also da muss man sagen, es hat alles prima geklappt. Was nicht geklappt hat, ist glaube ich der wirtschaftliche Teil. Das hätte besser laufen können. Wir hatten in der DDR über vier Millionen Industriebeschäftigte und heute haben wir nur noch 900.000. Also das gibt zwar eine Industrie, die da ist, die ist jetzt auch wettbewerbsfähig, aber drei Viertel sind eben von den Arbeitsplätzen verschwunden und das hätte man doch anders machen können. Außerdem finde ich es bedauerlich, dass man die Chance nicht ergriffen hat, das ehemals volkseigene Vermögen, was im Kommunismus ja allen und niemandem gehörte, beim Übergang in die Marktwirtschaft dann auch individuell zuzuweisen. Also ich hätte mir vorgestellt, dass wir Joint Ventures machen. Wie gesagt, ein dominanter Investor kommt aus der Welt, der die Märkte beherrscht, die Produkte kennt und der Staat kriegt eine Minderheitsbeteiligung für das, was er da einbringt. Und diese Beteiligungsrechte hätte er in einem zweiten Schritt an die ostdeutsche Bevölkerung austeilen können, wie es im Übrigen im Einigungsvertrag ja auch gefordert wird. Es sind Möglichkeiten zu schaffen, verbriefte Anteilsrechte am ehemals volkseigenen Vermögen zu einem späteren Zeitpunkt der Bevölkerung zuzuweisen, heißt es dort. Und die Politik hat das nicht wirklich respektiert. Ja, lassen Sie mich auf andere Zeitfragen noch kommen. Im Zeitalter der scheinbar immerwährenden Finanzkrise, manche meinen auch der immerwährenden Konkursverschleppung von Staaten, stirbt der Kapitalismus offenbar an sich selbst. Also provokant gefragt, hatte Marx doch recht? Also ja, in der Tat, was wir jetzt sehen, ist alles andere als zufriedenstellend. Wir haben gewaltige Wirtschaftsblasen gehabt in der Welt. Wir haben die japanische Blase gehabt, die 1990 platzte. Wir haben die amerikanische Blase gehabt, die 2006, 2007 platzte. Irland platzte auch schon damals. Dann die südeuropäische Blase, die durch den Euro hervorgerufen war, die platzte jetzt dann in der Lehmann-Krise. Und immer haben die Zentralbanken die Selbstreinigung der Märkte also quasi unterbunden, indem sie gerettet haben, was zu retten war. Diese Rettungsphilosophie bedeutete, dass man künstlich Aktienwerte, Firmen, Banken gestützt hat durch eine ganz lockere Geldpolitik. Immer niedriger wurden die Zinsen durch Rettungskredite. Und damit sind ineffiziente Strukturen weitgehend erhalten geblieben. Mit der Folge, dass wir jetzt in eine Phase des dauernden Siegtums hineinkommen, wo, damit eben der Kollaps nicht passiert, die EZB die Zinsen offenbar immer weiter senken muss. Sie will sie ja inzwischen in den negativen Bereich hineinsenken, um die Schuldner vor dem Konkurs zu retten. Aber der Konkurs ist ja nicht so schlimm, wie viele Leute denken. Denn wer verliert denn bei einem Konkurs? Nicht der Schuldner, sondern der Gläubiger. Das heißt, die Leute, die falsch investiert haben, die den Staaten Südeuropas, sagen wir mal Griechenland, ihr Geld geliehen haben und nicht aufgepasst haben und völlig unvorsichtig waren, die dürfen sich aus dem Staube machen wegen dieser Rettungsaktivitäten. Da kommt staatliches Geld durch die Staatengemeinschaft jetzt hinein und damit werden die Altkredite der privaten Gläubiger ausgezahlt. Die privaten Gläubiger machen sich aus dem Staube und aus einem staatlich-privaten Schuldverhältnis, also Schuldner-Staat, Gläubiger-Privat, wird ein staatlich-staatliches Schuldverhältnis, wo der natürliche Streit zwischen Gläubiger und Schuldner, der zum Ende kurz vor dem Konkurs immer auftritt, jetzt auf die Ebene zwischen den Staaten Europas gehoben wird. Und da sehe ich das große Problem dieser Rettungsarchitektur. Es ist eine Architektur, die nicht etwa Frieden geschaffen hat, sondern Unfrieden zwischen den Völkern Europas hergestellt hat. Ich hatte ja Eigax gefragt, hatte Marx doch recht? Ich will es nochmal anders versuchen. Gibt es ein systemisches Versagen des Kapitalismus an sich, des kapitalistischen Prinzips, aufgrund dieser Tatsachen, die Sie eben analysiert haben? Also das systemische Versagen, das hat im Übrigen Marx auch schon beschrieben, ist, dass es immer wieder eine Blase gibt. Also eine stürmische Wirtschaftsentwicklung, die überzogen ist und dann gibt es anschließend die Krise und die Krise hat eine Reinigungskraft, dann fängt man unten wieder an und dann geht es wieder los. Das ist so ein bisschen das Entwicklungsmuster. Und das Neue, was Marx nicht gesehen hat, ist eben die Rettungsarchitektur, die inzwischen durch die Zentralbanken mit immer neuem Geld aufgebaut wird, die die Selbstreinigung verhindert und ein dauerhaftes Siegtum erzeugt. Nehmen Sie mal Japan. Wir haben also, wie gesagt, 1990 die Blase Platzen gesehen. Die Banken haben die Abschreibungsverluste auf die Ausleihungen, ihre Kreditnehmer konnten ja nicht zurückzahlen, nicht gezeigt in den Bilanzen. Dann ging die Schummelei weiter bis 1997, als mehr Kredite fällig wurden, ging es nicht anders. 97, 98 sind 40 Prozent der japanischen Banken eigentlich pleite gewesen, wurden dann aber vom Staat gerettet. Mit immer mehr billigem Geld. Man ging auf das Nullzinsniveau von der Zentralbank. Es wurde gleichzeitig eine gewaltige keynesianische Schuldenpolitik beim Staat gemacht, während die Schuldenquote in Japan beim Staat im Jahre 1990 noch bei 60 Prozent lag. liegt sie heute bei 250 Prozent. Und was war die Konsequenz? Es gab nicht die Konkurse, ja, aber es gab 25 Jahre Siegtum in Japan. Und das, was wir in Europa jetzt gerade machen, läuft eigentlich auf eine Wiederholung dieses japanischen Fehlers hinaus. Die Amerikaner haben es besser gemacht. Die Amerikaner haben tatsächlich in der Krise 500 Banken pleite gehen lassen und haben dann eine Umstrukturierung erzwungen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass sie sehr viel schneller jetzt wieder auf die Beine gekommen sind. Den Casino-Kapitalismus haben Sie mal so beschrieben, ich zitiere, wer kein Eigenkapital hat, haftet nicht. Wer nicht haften muss, zockt. Wenn wir das Euro-Abenteuer, die unvollendete Energiewende, die, wie ich finde, beispiellose Völkerwanderung an unseren Grenzen, die wir gerade beobachten, Wenn man das sich anschaut, sind das politische Zockereien, möglicherweise Aktionismus, ohne die wichtigen Fragen vorher durchdacht oder gar beantwortet zu haben? Wie sehen Sie das? Nein, ich würde das nicht als Zocken bezeichnen. Das Zocken hatte ich ja gemeint für die privaten Banken, die also mit wenig Eigenkapital sehr stark riskant ausleihen, in der Erwartung, dass sie die Gewinne als Dividenden ausschütten können, während die Verluste dann zur Abwendung des Konkurses der Bank von den Steuerzahlern getragen wurden. Das würde ich jetzt nicht so auf die Politik anwenden, denn die Politik war eher zu vorsichtig und hat es nicht gewagt, mutige Entscheidungen zu treffen. Das ist nun nicht genau Zockerei, sondern das ist eher, das würde ich eher vergleichen mit dem Kaninchen, das auf die Schlange starrt und sich nicht bewegt. Ja, wir haben also 2010 zum Beispiel, als Griechenland pleite war, das ist ja heute von allen anerkannt, auch Varoufakis sagt, dass Griechenland damals pleite war, Griechenland eben nicht pleite gehen lassen, sondern die Pleite verschleppt, weil man Angst hatte vor den Konsequenzen, weil unsere Führungen in der westlichen Welt offenbar nicht genug ökonomische Kompetenz hatten, um zu glauben, das beherrschen zu können. Lassen Sie uns genau über diese Führungen jetzt reden. Wohlmeinende, wirklich Wohlmeinende, bezeichnen Sie als westfälischen Dickkopf, der umso besser wird, je mehr Gegenwind er bekommt. Ex-Bundeskanzler Schröder hat Sie mal als Professor Unsinn bezeichnet. Wohlgemerkt sagt das der Bundeskanzler Schröder, dem Sie maßgeblich die Agenda 2010 konstruiert haben. Hartz IV müsste eigentlich IFO IV heißen. Ärgert Sie sowas? Ja, natürlich hat mich das geärgert damals, aber das zeigt, wieso die Politik vorgeht. Ich fand ja die schröderschen Maßnahmen richtig. Ich habe nur immer mehr gefordert. Ich habe gesagt, das muss mehr sein. Wir hatten ja im Jahre 2002 die aktivierende Sozialhilfe entwickelt, also die Vorstellung, dass der Sozialstaat nicht mehr als Konkurrent des Arbeitsmarktes tätig wird, der Geld nur unter der Bedingung gibt, dass man nicht arbeitet, sondern als Partner, indem man auf ein Lohnzuschusssystem geht. Wir wollten also weniger Geld fürs Wegbleiben und mehr fürs Mitmachen. Und das ist ja auch so halbwegs in der Agenda 2010 berücksichtigt worden. Die Leute wurden von der Arbeitslosenhilfe auf die Sozialhilfe runtergestuft und dann wurde ein Zuschuss-Element in diese Sozialhilfe eingeführt. Es kam heraus, der Hartz IV-Tarif. Die Leute kriegen ja heute Lohnzuschüsse, obwohl sie arbeiten. Und das ist nicht die Aufstockung, von der immer geredet wird. Denn es ist ein echter Zuschuss, der das Gesamteinkommen weit über das Existenzminimum auch hinaushebt. Und das war ein Erfolgsmodell. Dadurch entstanden neue Jobs, denn die Lohnansprüche der Betroffenen fielen. Die Lohnskala spreizte sich nach unten hin aus. Da kann man sagen, das ist ja sozial problematisch. Für sich genommen ist es das auch. Aber es entstanden eben Jobs. Leute, die vorher arbeitslos waren, kriegten jetzt eine Beschäftigung. Und der Staat hat ihnen ja trotzdem noch Geld gegeben, nämlich obendrauf zu ihrem Arbeitseinkommen. Also diese aktivierende Sozialpolitik hat sich als Segen für Deutschland erwiesen. Wir schätzen, dass gegen den Trend der bis zu Schröder immer weiter wachsende Massenarbeitslosigkeit, etwa 1,2 Millionen neue Jobs allein in Westdeutschland durch diese Agenda entstanden sind. Ist das vielleicht Ihre größte Leistung gewesen, im Bereich Politikberatung hier die Denk- und Vorarbeit geleistet zu haben mit dem IFO-Institut? Ich denke, das war relativ wichtig, weil unser Gutachten ja nicht direkt in die Regierung ging, sondern es wurde aufgegriffen vom Wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium im August 2002, im Herbst dann vom Sachverständigenrat und auch die Harz-Kommission hat sich beeinflussen lassen, sodass also in der Summe dieser Gutachten dann zum Schluss ein gewisser Druck entstand für die Regierung, dem sie dann gefolgt ist und der sie zu ihren Reformen veranlasst hat. Man kann, wenn man gut meinend ist, Sie ja ein bisschen stilisieren. Hans-Werner Sinn, der Streiter für die ökonomische Vernunft in einer Welt der politischen Ignoranz und Intrigen, wenn man so will. Wie haben Sie das geschafft, dennoch unabhängig zu bleiben? Ich meine, ich sehe durchaus, dass die Politik nach anderen Kriterien handeln muss, als wir Volkswirte das für richtig halten. Also mir ist das jetzt zum Beispiel egal, welche Regierung da gewinnt. Als der Kohl seine Sachen gemacht hat, damals wollte er wiedergewählt werden, das ist für einen Volkswirt kein Kriterium, sondern es sind Gesamtüberlegungen für das Volk. Diese Unabhängigkeit habe ich immer für richtig gefunden. Ich war als junger Mensch im Sozialdemokratischen Hochschulbund, als der dann 19... Wohlgemerkt, der marktwirtschaftliche, wahrgenommene Professor, der sich auch ausgesprochen hat für die Regeln des Marktes, hat mal einen Beginn, einen politischen als Linker gehabt. Ja, nun gut, also die Sozialdemokratie war ja nicht marktwirtschaftsfeindlich. Das würde ich ja nun nicht sagen. Und als sich dieser Sozialdemokratische Hochschulbund dann, das war, glaube ich, 1971 umbenannt hat, im Sozialistischen Hochschulbund, weil die SPD sich von ihm getrennt hat, da habe ich mich auch von dem getrennt. Nicht? Also so weit ging es dann nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass eine Marktwirtschaft das Korrektiv des Sozialstaates braucht. Wir brauchen den umverteilenden Staat und ein Ökonom ist doch nicht dagegen. Also was da immer als neoliberal beschimpft wird, ist irgendwie eine blöde Worthülse, die zum Kern des Geschehens gar nicht vorrückt. Wir Volkswirte sind sehr wohl der Meinung, dass wir einen korrigierenden Sozialstaat brauchen, der die Einkommensverteilung verbessert. So, und das sagen wir aus einer übergeordneten Warte. Nicht, weil wir uns mit irgendeiner Partei identifizieren. Das passt auch nicht wirklich zu einem Volkswirt. Ja, man möchte unabhängig sein. Ich habe keine Partei mehr angerührt seitdem. Geschenkt, das verstehe ich gut. Man möchte unabhängig sein, aber vielleicht gab es doch die eine oder andere Versuchung in der Politik, der Einflussnahme auf Ihre Gutachten, auf das, was Sie so sagen oder unterlassen? Nee, wir waren erstaunlich frei. Sagen wir mal, jedenfalls war ich frei. Ich muss sagen, mich hat niemand so wirklich bedrängt. Vielleicht damals gab es bei der Deutschen Vereinigung mal eine Stimme. In der Euro-Krise, Tagezeit? Nein? Ja, also wir sind massiv attackiert worden öffentlich. Man ging dann auf die Person. Das muss ich schon sagen, war unangenehm. Statt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, ist das ja in der deutschen Politik dann so, dann haut man auf die Person, um die Person zu diskreditieren, wenn man das Argument nicht mag. Das ist kein gutes Zeichen für einen öffentlichen Diskurs. Aber es ist nicht der Druck auf mich ausgeübt worden, jetzt sozusagen am Telefon oder sonst wie was anderes zu sagen. Sondern ich durfte das tun und das ist auch eine gewisse Stärke dieser Institutslandschaft. Das IFO-Institut gehört ja zur Leibniz-Gemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft verwaltet die Gelder. Da wäre man ja auch gar nicht rangekommen, weil es ja wissenschaftliche Gremien gibt, die über die Zuteilung hier verteilen. Außerdem hat man die Universität im Rücken, die ja grundgesetzlich die Freiheit von Forschung und Lehre hier garantiert hat. Wir nehmen es zur Kenntnis und kommen zu Ihrem schärfsten Instrument neben der Schrift. Das ist die Sprache. Die gehört nämlich meines Erachtens nach, da bin ich nicht alleine, zu ihren Kernkompetenzen. Reform des Sozialstaates ohne Anreize für Arbeitslose, wie die Besteigung der Eiger-Nordwand, haben Sie mal geschrieben. Eine Energiewende mit schwankendem Wind und Sonne, das führt zu Zappelstrom. Bazar-Ökonomie, Casino-Kapitalismus, das sind alles Beispiele für Ihre griffige Sprache, mit der Sie die allzu langweilig empfundene Wirtschaftsthematik anschaulich machen wollten und es auch geschafft sein. Kann es sein, dass deutsche Ökonomen oft überhört werden, weil sie nicht so gut texten können wie Sie? Das weiß ich nicht, aber man muss natürlich sich bemühen, diese Komplexität des wirtschaftlichen Geschehens zu vereinfachen, ohne sie zu verfälschen, sodass sie kommunizierbar wird. Wir brauchen den öffentlichen Diskurs. Man kann nicht nur Volkswirtschaftslehre im Elfenbeinturm machen, wo der eine Volkswirt sich mit dem anderen unterhält und das Ganze führt dann zu Erkenntnissen, die in der Politik niemals realisiert werden. Was soll denn das? Erkenntnis ohne Umsetzung. Volkswürde sind ja dafür da, dem Volk zu helfen. Das ist ja unsere Aufgabe. Und insofern war ich ganz froh, im IFO sein zu können, um die Brücke vom Elfenbeinturm zur politischen Praxis, zum öffentlichen Diskurs schlagen zu können und das müssen alle Leibniz-Institute. Daraufhin wird man sogar evaluiert, dass man das gut macht. Volkswirtschaft mit Nutzwert, erkennbarem Nutzwert. Wo kann man das lernen? In Talkshows? Sich einfach auszudrücken. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ja, wenn man sich unterhält mit den Medien, dann muss man sich kürzer ausdrücken. Also ein Vorgänger von Ihnen, Herr Friedrich, hier beim Bayerischen Rundfunk, hat mir ganz zu Anfang mal gesagt, nachdem ich ihm ein Interview gegeben habe, wo ich mich wohl nicht so klar ausgedrückt habe, also die Fußballspieler haben es auch gelernt, in anderthalb Minuten zu sagen, was Sache ist. Die Volkswirte werden das auch noch lernen. Nun haben wir ja nicht immer Sendungen wie dieses Format Alpha Forum, in denen man knapp 45 Minuten Redezeit hat. Ich würde sagen, Gott sei Dank, um sich mal auszutauschen. Ist Ihnen die Fernsehwelt manchmal doch zu oberflächlich oder haben Sie sich gut darauf eingestellt? Ja, die ist natürlich oberflächlich wegen der Kürze der Zeit, aber sie ist so, wie sie ist. Und es gibt viele Informationen. Die Leute wollen ja auch nicht nur Informationen auf sich nehmen, sondern wollen sich auch vergnügen und Filme sehen und alles Mögliche. Das würde ich jetzt nicht weiter kritisieren. Also man muss mit diesem System so zurechtkommen, wie es ist. Die Fernsehwelt bei Talkshows gilt ja auch nicht so sehr der Zielsetzung, jetzt ein Argument völlig auszuführen. Das geht ja gar nicht. Wenn da sechs Leute sitzen und man unterhält sich eine Stunde und dann redet der Moderator auch noch und jeder fällt jedem ins Wort, kann man einen Gedanken gar nicht zu Ende führen. Trotzdem ist es gut, dass man da ist, dass man sagen kann, aha, Leute, hier gibt es noch jemanden, der ist anderer Meinung. Er kommt vom IFO-Institut. Wenn ihr es genauer wissen wollt, www.ifo.de, müsst ihr nur nachschauen, dann findet ihr auf der Homepage alles, was ihr sucht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis in einer Sendung, die sich jetzt 45 Minuten gibt, ohne dazwischen zu reden. Vielen Dank für diese Einschätzung unseres Mediums. Und lassen Sie uns noch mal über etwas sehr Wichtiges reden, was mit Wirtschaft basal zu tun hat. Lassen Sie uns über Geld reden. Sie fanden Volkswirtschaft spannend, weil, Zitat, es um Politik und um Geld geht dabei, kann man nachlesen. Die Deutschen sind allgemein da zurückhaltender, aber am Ende geht es doch immer nur darum, ums liebe Geld, auch und gerade in der Ökonomie, oder? Ja, nein, nicht immer. Also das wäre eine Verengung des ökonomischen Gedankens. Wir beschäftigen uns besonders intensiv mit jenen Teilbereichen der Volkswirtschaft, wo das Geld eben gar nicht fließt. Nehmen Sie mal den Umweltbereich. Manchmal wird ja gesagt, es gäbe einen Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie. Aus unserer Sicht nicht. Sondern die Umweltökonomie ist ein wichtiges Lehrfach in der Volkswirtschaftslehre. Ich selbst habe das immer wieder jahrelang unterrichtet. Und da gibt es ja gar nicht viel Geld, sondern gerade ist es so, dass Märkte für die kostbare Umwelt fehlen und auch aus bestimmten Gründen gar nicht eingerichtet werden können. Und deswegen gibt es etwas, was wir externe Effekte nennen. Eine Firma wird gebaut, ist profitabel, weil an Kosten die Löhne für die Arbeiter anfallen und Kapitale und Vorprodukte. Man muss also die Lieferanten der Leistungen bezahlen für die Nachteile. Und dann wird ein Gut erzeugt, das verkauft wird und die Differenz ist der Gewinn. Was bei dieser Rechnung fehlt, sind die Umweltkosten, die gar nicht pekuniär geldmäßig in Erscheinung treten. Und das wird gerade von Volkswirten sehr stark problematisiert. Also es ist nicht nur das Geld. Da merkt man auch den Betriebswirt in mir, der sich das jetzt nochmal gerne angehört hat, um von diesem Thema mal wegzukommen. Aber ich möchte trotzdem bleiben dabei. Es ist eine Sendung über Hans-Werner Sinn und deswegen natürlich die Frage, wie wichtig ist Ihnen privat der Besitz von Geld? Also ich habe wirklich mein ganzes Leben immer intensiv gearbeitet. Und da blieb gar nicht die Zeit für irgendwelchen Luxuskonsum oder sowas. Ich habe jahrzehntelang mich verkrochen in mein kleines Büro. Am besten war es, wo ich im Keller saß und noch nicht mal Sonnenlicht hatte und dann da vor mich hin forschen konnte. Da war kein Konsumstandard da. Aber ich kann nicht klagen, das Geld kam von alleine. Man hat mir bessere Positionen gegeben im Laufe meines Lebens und immer wieder war das mit einer Gehaltserhöhung verbunden. Da habe ich mich natürlich nicht drüber geärgert. Das Geld kam von alleine. Das hätte fast ein Schlusswort sein können, aber das möchte ich nicht haben. Denn ich habe hier noch etwas sehr Wichtiges, da materialisiert sich das. Das ist ein 500-Euro-Schein. Ein 500-Euro-Schein zur Aufzeichnung dieser Sendung. Ich sage es nochmal, im Februar 2016 hat dieser 500-Euro-Schein keine Zukunft mehr. Die Europäische Zentralbank will ihn wohl abschaffen. Viele fürchten, der erste Schritt zur Abschaffung des Bargelds überhaupt. Wie finden Sie das? Ja, ich finde das problematisch. Nicht nur wegen der Freiheitsrechte, die damit verbunden sind. Es heißt ja, Geld ist gedruckte Freiheit. Sondern auch wegen der Implikationen, die das für die Zinspolitik hat. Denn in einer Wirtschaft, wo Bargeld eine Rolle spielt, kann die Zentralbank keine negativen Zinsen setzen. Wenn sie das täte, wenn wir also für unsere Konten Geld der Bank zahlen müssten, statt welches zu kriegen, dann würden wir ja die Konten nicht füllen, sondern das Geld lieber als Bargeld zu Hause halten. Das heißt, unten bei Null ist eigentlich eine Grenze, wenn es Bargeld gibt. Dann kann man sagen, Bargeld aufzubewahren ist in größeren Mengen auch schwierig. Da braucht man Tresore, fühlt sich nicht sicher und so weiter. Also kann die Zentralbank ein bisschen unter Null gehen, aber nicht zu weit. Die Kosten der Aufbewahrung des Bargeldes sind im Grunde eine Untergrenze für den Negativzins. Tiefer kann man nicht ins Negative hineingehen als diese Kosten. Wenn man jetzt den 500er abschafft, dann muss man 200er halten. Und das bedeutet, dass die Aufbewahrungskosten höher sind. Nun kann man sagen, bei mir privat spielt das keine Rolle, ob ich 500er oder 200er halte. Aber denken Sie mal an Kapitalsammelstellen, an Banken, die sich im großen Stil jetzt schon darauf vorbereitet haben, der Negativzinspolitik der EZB auszuweichen. Heute ist der Negativzins, also minus 0,3, das ist das, was Banken zahlen müssen, wenn sie Bargeld auf ihrem Konto bei der Zentralbank halten. Eine perverse Welt. Und sie wollen ausweichen ins Bargeld und das will man ihnen erschweren. Und das finde ich außerordentlich problematisch, weil wenn man jetzt das Bargeld sukzessive zurückdrängt, dann können die Negativzinsen immer tiefer runterrutschen, rechnerisch bis auf 0,75, wenn der 500er beseitigt wird, weil es zweieinhalbmal so teuer wird, Bargeld zu halten. Und dann rutscht auch das ganze Zinsgefüge runter. Und wir müssen befürchten, dass dann auch die Einlagen, die wir bei unserer Bank haben, negativen Zins kriegen. Vielleicht ist ja Gold eine Alternative, immerhin die Zentralbanken horten es. So verteufelt kann es also nicht sein. Ist Deutschland noch zu retten, fragten Sie 2003 mit einem Erfolgsbuch. Und Ihre Horrorvision haben Sie auch mal aufgeschrieben. Ich zitiere, wird Deutschland als Land der kinderlosen Kreise seine Kraft verlieren und sich schicksalsergeben aus der Geschichte verabschieden. Oder, Herr Professor Sinn, wie bewahrt sich dieses Land, wie es in seiner Hymne heißt, die Kraft zu blühen in Einigkeit und Recht und Freiheit? Ja, das mit den Kindern ist leider schiefgelaufen. Die gibt es nicht und die kann es auch nicht mehr geben. Denn die Babyboomer, die Mitte der 60er Jahre geboren sind und die die dicken Äste der deutschen Alterspyramide ausmachen, sind jetzt um die 50. 51 ist genau die stärkste Gruppe. Und die wollen in 14 Jahren, wenn sie 65 sind, eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das wird ein Problem. Es wird ein Problem für den Staat, aber es ist natürlich auch ein Problem für die Gesellschaft an sich, wenn nicht genug eigener Nachwuchs ist. Es entsteht ein Vakuum, dieses Vakuum wird gefüllt. Es drängen Völkerscharen von außen rein und füllen die Plätze. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht sinnvoll für den Arbeitsmarkt, aber es stellt natürlich die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Kann man all diese Menschen assimilieren? Geht das überhaupt friedlich vonstatten? Was bleibt von der deutschen Kultur übrig? Das sind also Sorgen, die viele Leute haben. So einfach ist das leider nicht. Ich könnte noch eine Alpha-Forum-Runde einlegen mit Ihnen, aber ich kann es nicht. Für diesmal ist unsere Zeit zu Ende. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, verehrte Zuschauer. Ein Alpha-Forum mit Professor Hans-Werner Sinn geht zu Ende. Ein Mann, der versuchte zu sagen, was richtig ist und was nicht alle richtig finden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.